Es scheint unmöglich, und doch lässt der Gedanke mich nicht lose. Es ist... Was, mein Sohn? Dass Sie noch am Leben sind, Pater Perot. Sie beabsichtigen uns, hier zu behalten. Sie haben richtig geraten, mein Sohn. Wir sollen wirklich für immer hierbleiben? Jeder von uns. Wir sind für alle Zeiten in Shangri-La. Warum wurden wir vier ausgewählt? Es ist eine verwickelte Geschichte. Wir waren immer bestrebt, unsere Zahl einigermaßen gleichmäßig zu ergänzen. Unglücklicherweise sind seit dem letzten Europäischen Krieg und der Russischen Revolution Reisen und Forschungsexpeditionen nach Tibet ... Vielen Dank.